Ne, hab ich jetzt auch nicht gesehen. Ätna! Hm, das ist nicht in der Masche altmodisch, aber äußerst robust und du hast sie zerfetzt. Was hast du damit gemacht, Bobby? Ätna, ich hab nur ein paar Löcher zu stopfen. Darling, damit kannst du dich nicht sehen lassen. Ich verbiete es. Du brauchst einen neuen Anzug, so viel ist sicher. Warte, du willst mir einen neuen Anzug machen? Doch nicht so stürmisch, Darling, aber schon überredet. Im Hintergrund, Alter. Dramatisch, heldenhaft. Ja, etwas Klassisches wie... Was ist passiert da draußen? Der Vogel. Mit dem Cape und mit den Stiefeln. Kein Cape. Solltest du das nicht mir überlassen? Kein Klo. Lass mich, bis zum nächsten Auftrag ist der neue Anzug fertig. Ich hab mich von der Superheldenarbeit zurückgezogen. Ich mich doch auch, Bobby. Und nun stehen wir hier. Die Augen. Just Lego. Warte, war es das jetzt? War das jetzt so quasi so eine... Was für ein Spruch hattest du eben nochmal gesagt mit Lego? Äh, fuck. Ich hab's vergessen. Was hast du gesagt? Weißt du's noch? Nee, deswegen frage ich ja. Ich hab keine Ahnung mehr. Aber das ist ja alles auf deinem YouTube-Kanal eingeschrieben. Ja, genau. Ach, deswegen der Fitness-Dings. Lol. Es ist noch zu früh, Bob. Ich kann so nicht weitermachen. Oh nein. Bist du heute Morgen etwas frostig? Toll, Bob. Den hab ich ja noch nie gehört. Komm schon. Lass uns jetzt mal einfach ordentliche Zügel stemmen gehen. Oh. Ausnahmsweise. Können wir nicht mal bowlen gehen? Ausnahmsweise. Jetzt hat er Fitness für sich entdeckt, oder was? Ja, anscheinend. Er will wieder fit werden. Es wird Zeit, Zügel zu zügeln. Keine Sorge, Lusches. Ich hab's im Griff. Ja, stimmt. Und könntest du bitte diese Zugwortspiele lassen? Es ist noch früh, Bob. Früh. Richtig gespannt, was kommt jetzt für ein Minigame. Was ist denn die richtige Position? Ja, wahrscheinlich hier vorne, oder nicht? Guck mal, wie die Rennen auch immer starten, hier. Gute Arbeit. Danke für die Motivation. Bist du sicher, dass du es nicht verschwindest? In falsche Richtung? Oh, die Szene kommt jetzt. Nein, möchte ich nicht. Ich bin Frozone. Welche Szene? So, was ist dein Ding? Es ist dir also egal, ob du fit bleibst. Hey, ich weiß, wann ich ins Fitnessstudio muss und wann chillen. Vielen herzlichen Dank auch. Hä? Hey, wenn ich jetzt hier gerade ausdrücke... Klar, ich doch nach links. Du willst doch die Weiche... Naja. Hä? Aber du solltest doch nach links fahren, oder nicht? Wie geht den jetzt wieder an seinen Platz zurück? Oh mein Gott. Das sieht aus wie ein Job für... Frozone. 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 Der in diesem Spiel genauso effektiv ist wie Aquaman. Ja, gar nicht. Oh, was haben wir denn da? Ich glaube, die Dinger legen sich im Weg. Oh, unbekatte Teile. Vier von fünf. Nice. Typisch Bob, sag immer für Chaos. Dann bin ich jetzt so dran, mein Ding zu machen. Ich dauere nicht mehr lange. Ja, ich schaue nach unbekatten Teilen aus. Hast du das in der Zeitung gelesen? Geyserbeam ist noch immer verschollen. Hoffentlich geht's ihm gut. Simon ist ein toller Kerl. Er hilft den Superhelden als Anwalt. Er hat mit und ohne Superheldenanzug leben gebeten. Okay, anscheinend ist das die Startposition. Vielleicht amüsiert er sich nur irgendwo in einem sonnenverwöhnten Ressort. Du weißt schon. Ach so, er will sich leben. Ja, ja. Ach, ich dachte, es geht um ein Wettschieben. Willst du mal sehen, wie ich die beiden stämme? Gar nicht übertrieben. Rückkehr zur Nomanisan-Insel. Ich habe nur ein paar Löcher zu stopfen. Bitte tu es mir zuliebe. Edna. Er ist größer und gemeiner. Er ist endlich fertig. Nachdem du die letzten vermöbelt hast, musste ich ihn von Grund auf erneuern. Natürlich war es nicht einfach, aber du bist es wert. Ich bin doch immerhin dein allergrößter Fan. Buddy? Mein Name ist nicht Buddy. Und Incredible heiße ich auch nicht mehr. Ich bin Syndrom, dein Herzfeind. Na toll. Das ist ja wirklich auch im Film passiert, ne? Ja. Ja, stimmt. Das kam mir auch so bekannt vor. Na gut, was hältst du davon, Opa? Ja. Safe. Okay. Komischer Twist irgendwie, aber... Heul, er lebt noch. Wer sind sie? Was machen sie hier? Kesa Beam, du lebst. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Momente. Kennen wir uns? Aber natürlich. Ich bin's, Bob. Mr. Incredible. Mr. Incredible? Ja. Ja. Ich erinnere mich an dich. Bob? Ja, Bob. Du klingst, als ob du nicht sicher bist. Ist alles in Ordnung, Simon? Ach. Na ja. Ich habe einen auf die Nuss bekommen. Amnesie vielleicht? Loll. Hast du das gesehen? Ja. Ich war ein bisschen... Hä? Worauf wollen wir jetzt? Ja. Mr. Incredible bist du auf ihm drauf gelandet. Ach, jetzt spiele ich wahrscheinlich ihn da, ne? Gräser Beam. Ja. Genau, hier lang. So ist's gut. Passt zu dir. Ich weiß nicht mal, was der kann, aber wahrscheinlich immer noch das Beam. Er ist wahrscheinlich so ein X-Man, wie der Typ mit der Sonnenbrille. Ach so, ja. Wie hieß der denn nochmal? Ah, ich weiß nicht mehr. Aha. Aber irgendwie nehmen die gerade ziemlich den Film auseinander, ne? Was meinst du? Ja, dieses X-Tile-Episode gab's doch gar nicht da zwischendurch. Ne, das stimmt. Als du letztes Mal hier warst, hast du da die Konsole benutzt, um in die Basis zu kommen? Kannst du dich an irgendwas sehen? Ich glaube, man ist mir. Ich habe schon mal eine elektrische Zahnbürste benutzt. Ich glaube, du kannst hacken. Ein Bild. Gezerbeam, möchtest du dir das mal ansehen? Nun, ansehen kann ich es mir gerne. Aber mit denen müssen ich dann meine guten Freunde, Hans links und Hans rechts. Der Aufenthalt auf dieser Insel hat dir wirklich stark zugesetzt, Gezerbeam. Was denn? Er hat nicht gehört, was er gesagt hat. Nee, ich habe gerade nicht auf den Text geachtet. Ja, ich kann es mir ja mal ansehen, aber benutzen muss ich meine lieben Freunde fragen. Hans links und Hans rechts. Mann, das Ding hattest du eben auch schon. Das hast du nicht hingekriegt. Lass dir Zeit. Ja, aber wie soll das denn auch gehen? Du gehst jetzt da nach rechts. Nach rechts, nach unten. Ach so, lol. Ja, okay. Oh fuck, ich stehe gerade voll auf den Schlauch. Vor allem genau dieses. Ja, da habe ich eben abgebrochen und dann kam ein anderes. Genau das Ding hatte ich eben auch schon. Äh, lol, okay. Ei, ei, ei. Das kann man ja keinem erzählen, ne? Gut, dass das nicht auf YouTube landet. Nee, aber gut, dass sich das kein Mensch anguckt. Doch, jetzt können sich die YouTube zählt nur falsch. Stell dir mal vor, so, weißt du, wie erzählt so die ganze Zeit, es guckt sich keine Sau an. Und irgendwann sind da so ein paar Aufrufe drauf. So 400.000 oder so. Du denkst dir, äh, Zeit... Nee, dahin doch, oder? Nein, wir brauchen eine der Kapseln. Ach so. Äh, nochmal, sorry, jetzt von vorne, ja? Hä? Die von vorne. Ja, was du gerade sagtest. Ich glaube, du musst... Ah, jetzt weiß ich, was passiert. Ich muss das in das Leere tun. Ich hoffe, du weißt, was du zu tun hast, ne? Du musst die... Ich muss... Aber ich komme doch an die Null nicht dran, oder? Ja, die Null ist ja auch richtig, du Affe. Du musst die nach den Zahlen oben sortieren. Ja. Ja, da müsste jetzt die 1 rein. Ja, deswegen nehme ich die 3 hier raus, dann kann ich die 2 direkt nach rechts tun. So, die Zahlen habe ich gar nicht gesehen. Also, jetzt kommen wir weiter. Toll, die Kamera. Danke, Kamera. Ist ja auch schon spät, ne? Vor allem, du stehst hinter mir und bist da am Posen. Ja. Einer muss ja gut aussehen. Während ich hier die wichtigen technischen Sachen mache. Genau so hatte ich das geplant. Ja. Sehr schön. Hat doch nur ein paar Minuten gedauert. Ah, es liegt an deiner Amnesie, ne? Ja, ja. Ich bin in Charakter. Ja, 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 ja. Erledigt. Die Türen und unkooperativen Kokosnüsse haben keine Chance gegen die Hitze meines Lesers. Wow, sehr leise. Wir wollen auch nicht aufschlucken. Schulz, Prost, was sagt man? Schluck auf. Pass, super hin. Erledigt sich. Sonst wird es auch so großartig sein. Alter. Wieso habe ich denn jetzt Schluck auf? Lul. Auf die Fresse. Super Angriff. Er schützt sich wieder. Easy. Snack. Wenn du diesen Abschnitt freischneiden kannst, trag dich hier rüber und dann kannst du nach oben. Es kommt mir bekannt vor. Es wurde repariert. Schade für die Wartungsabteilung, aber ich nehme es mir nochmal mit meinem Laser vor. Schön präziser Schnee. Ich hebe die schweren Sachen. Jemand ist gerade auf mich draufgesprungen und ich bin gestorben. Achso. Das sah ganz aus, als wäre deine Leiche da so gegengekippt worden. Aber es ist ja Lego. Aber es ist ja Lego. Da oben rechts ist dein Vorsprung. Wir müssen dich da raufkriegen. Du warst doch immer beweglich wie eine Katze. Du musst hier die grazieren. Hä? Oh. So. Jawoll. Voll futuristisch hier. Ja. Er ist Superhelden versteckt. Das ist immer krass, ne? Ja, ich freue mich immer, woher die das ganze Geld haben. Der ist jetzt bestimmt irgendwie mehr der, weil er irgendwas verkauft hat. Hallo Leute, moin Meister. Zack, und hier noch eine Schelle und da noch ein Blitz und Laser und Bump. Oh. Alles in falscher Reihenfolge. Der wird jetzt... Achso. Es wird Zeit, diese türkischen Laser auszuschalten. So. Das ist ja mega einfach. Zack. So. Zack, zack, zack. Ja. Äh. Warum hat das zu beendet? Achso. Jetzt bin ich da oben. Und das. Krass. Dein Gedächtnis scheiß zurückzukommen. Ja, so langsam. Ich steuere nicht alle Laser, nur den in meinem Kopf. Schön animiert, aber eh. Ja, schön alle einzeln. Wie kann man denn hier ran? Hier ist alles so riesig. Ich helfe dir rüber zu gelangen. Gehnt es mal runter, Laserbeam. Ja, 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 ja. Loll. Wie das aussieht. Danke schön. Ja, bitte. Ich habe gesehen, wo du hingezielt hast. Hey, wohin denn? Oder du könntest was bauen, womit ich auf die andere Seite komme. Kommst du da überhaupt dran jetzt? Ja, ja, ich glaube schon. Warte mal. Oh, Alter. Ich dachte gerade. Hä? Das ist Schreien. Da kommst du nicht rein. Oh, das war doch gerade... Ah, nee. Okay. Warum muss ich denn hier hoch? Musst du, glaube ich, gar nicht. Du hast gerade gesagt, das kommst du dann überhaupt da hoch. Ja, ich dachte, du müsstest da hoch. Ach so. Kann mich auch mal irren. Was? Aber wenn das eher selten vorkommt. Danke, Geserbeam. Was ist hier los? Was hat Syndrom vor? Oh, ein Überraschungsei. Als ich seinen Plan auf dem Computer gelesen habe, konnte ich meinen lasergeladenen Augen nicht trauen. Du hast Syndroms Plan gesehen? Erinnerst du dich, worum es ging? Er hat es auf die Kokosnüsse abgesehen. Glaube ich. Wenn ich ehrlich bin, bin ich mir nicht sicher, ob ich mich noch erinnere. Wäre zu schön gewesen. Macht nichts, Kumpel. So ein großer Fahrstuhlknopf. Wie unnötig auch, dass das die Eiform hat, ne? Aerodynamisch. Das ist unglaublich. Nein, Mr. Kumpel, du bist unglaublich. Das ist nur das Werk dieses Schockensyndrom. Ja, du musst nicht werfen. Ja, ich habe kurz den wahren Superhelden gemacht. Ja. Wie es weiter ging, weiß ich nicht mehr. Na gut, jetzt bahnen wir uns erstmal einen Weg durch die Säder, ohne in Flammen aufzugehen. Weird Flex, but okay. Das war ein Versehen. Das macht nichts. Ich habe nämlich eine Idee. Ich nicht. Nun, das ist ja schließlich ein S-Tipp. Klingeln wir nach die Person? Oh, eins von vier habe ich hier. Warum sind es eigentlich immer die Kuchen? Weiß es nicht. Was hast du denn kaputt gemacht? Hier, dieses Ding. Was? Dieses Lidern, ja. Ich glaube, das war hier so eine Pflanze. Ja, Pflanze und dann aufbauen. Lava-Lampe. Ja. Ah ja, hier. Drei von vier. Das sieht alles ziemlich wichtig aus. Hauen wir ihn kaputt. Das sieht alles ziemlich wichtig aus. Hab ihn. Wichtig. Nice. Nice. Nice, er scheiß. Ich glaube, du kannst hier noch was machen. Ach, da. Kaputt, Auen. Laser Phaser. Aber das fällt von hier glaube ich nicht. Jetzt. Das sieht aus wie für dich. Was? Wie für dich gemacht? Kredit? Kredit. Kredit. Hier kannst du hoch. Wann, was ist denn da im Hintergrund? Hallo, das war sein, sein Fan-Raum. Hä? Das ist, äh, bist du incredible. Auf dem Bild. Ja. Passt, ne? Passt nicht? Weiß ich. Hä? Ich könnte spüren, dass... Ah, ist nur ein Stück nach vorne noch. Ich habe die Lösung erwähnt. Ess wie Stanley. Wo das all bei? Let's build something great. Oder wollen wir uns erst um die Torte kümmern? Habe ich mich schon. Ach, die hast du schon gemacht? Habe ich mich noch drum gekümmert. Wir haben alles, was wir brauchen. Hast du gegessen? Ja, genau. Zeit, etwas zu bauen, womit wir durch die Lava kommen. Genau dasselbe habe ich auch bei Maccas gemacht. Ich habe für euch... Ja. Ich war für euch bei McDonalds und habe gegessen. Vor allem, äh, ähm, ich sag das so und dann hat sie so gedacht, ja, ein 30er. Oh, da... Oh, ja, okay. Komm mal. Fällt mir gerade ein, dass wir heute hier auch noch was essen wollen. Wollen wir mal da eine Osterhose. Osterhose? Ja, der hatte Osterohren auf. Können Sie sich ja Ostern? Oder vielleicht sind das die Osterinseln hier. Ich dachte, wir sind auf der Mandalorian-Insel. Mandalorian? Ja, wie heißt die? Äh, na... War das nicht etwas mit N? Du musst dir unser kleines Lava-Problem lösen. Oder ein Mann, ein Gian? Ey, kommst du mit runter? Ich wollte eigentlich oben drauf. Ja, und... Ja, und... Ja, 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 ja. Warum nimmt das Teil mit? Hä? Ach, jetzt stellt das ab, oder was? Vor allem lautlos. Männlich. Wo sind wir hier im Kontrollzentrum? Ja. Der Raum sieht auch einfach nur böse nicht aus. Ja. Vor allem so ein riesiger Raum mit keinem Boden, wo nix drin ist. Ja. Das hier ist ein gefährlicher Ort, Mr. Incredible. Wir müssen vorsichtig sein. Ach so, lol. Ja, das Syndrom führt was Großes im Schild, die ich spür's. Das sieht schon cool aus. Vor allem ist das alles aus Lego. Ja. Ja. Auch das Licht. Ist das Mr. Incredible? Ja. Und Geyserbeam. Brauchst du nicht melden. Um die alten Superknacker kümmern wir uns doch. Brauchst du nicht melden. So viel dazu. Wozu? Wir dürfen uns nicht wieder entsitten lassen. Bleib hinter den Kisten, damit uns die Wachen nicht sehen. Gut. Ich glaube, dass die Menschen per se nicht in der Lage sind, durch Feste und durchsichtbar und in irgendeine Bank ein. Kann das sein? Hä? Was? Äh, bleib unsichtbar, damit ich niemand sieht. Oh, nice. Neu. Casual. Ja. Was machst du da hier? Solid Snake oder was? Ach so. Oh, ich hab's verstanden. Hat schon Sinn. Aber du bohrst keine Käse. Guck mal. Ja, aber... Solid Snake. Ich denke, ich kann dich da hoch befördern. Muss ich auch nochmal spielen, die ganzen Metal Gear Teile. Boah, die hab ich glaube ich noch nicht in gespielt. Ja, ich auch nicht. Deswegen. Weil du nochmal sagst. Habe ich nochmal gesagt? Ich glaube, ich wollte auch mal sagen. Ach so, okay. Ach so. Ach so. Stell dich mal drauf. Ach ne. Will ich mich da drauf stellen? Ach so. Ich kann mich da dranhängen hier. Gleich. Ach, aber erst wenn's hängt. Erst wenn ich's habe. Na gut, dass du trainiert hast, ne? Tut mir leid, meine Herren, aber sie können mich nicht sehen. Wir tarnen uns. Wie kriegen wir dich denn jetzt hier oben hin? Ah, okay. Moment. Ich hab Zeit. Achtung. Problem gelöst. Gab's Geyserbeam im Film? Ja, ich glaube, ich meine, den hat er in der Höhle, wo er ihn jetzt auch gefunden hat, gefunden, aber der war tot. Wenn diese Kanonen nicht aktiv wären, können die so tun, als wäre das Äste und wir hinüberschwingen. Ein, äh, ja, ein Skelett. Vor allem ein Skelett. Das heißt, der müsste ja ewig schon da liegen. Aber ich komm da nicht hin. Musst du machen. Mach ich. Eins und drei. Und eins. Und zwei. Und. Boah, Profisport. Die Defekte sind aber geil, wenn man jetzt so RTX anmachen würde. Oh, lol, ich hab auch schon. Ich hab jetzt noch schön Raid Tracing an und dann sieht das hier noch richtig geil aus. Ja. Ah, okay. Danke, Geyserbeam. Ich bin schon unterwegs. Was ist das denn hier? Ein Teddybär, lol. Du weißt schon, dass wir auf deine... Ach, das war jetzt, damit du hochkommst? Ja. Wer meint. Ah, schön, dass wir drüber geredet haben, ne? Ja. Komm schon. Jawoll. Tschöö. Fuhl dich ein. Im Hintergrund voll geil. Das sieht aus wie für dich. Ja, was? Ich mach das schon. Du musst doch irgendwas an der Tür gucken. Ja, ich muss mir am Arsch wackeln. So. Bam. Hä? Hä? Was? Was ist das denn da? Ein Glas halter rum. Du musst mal nach... Äh. Eindringlinge. Sie dürfen die Steuerung nicht da rein. Ja, da oben ist ein Minikid. Ja, du machst das schon. Das ist die Killer-Tür. Ja, wie kommen wir da rein? Da braucht man Elektro. Und Elektro haben wir nicht. Bauen, ne? Ja, bei Lego. Ja. Was bauen wir denn hier an der Uhr? Kein Computer. Da kann ich jetzt hier Dinge eingeben. Vor allem nur zwei Farben, lol. Ich hab verkackt. Hast du wirklich? Ja. Ja. Ich hätte... Es ist crazy. Es ist crazy. Und der Daumen nach oben. Wie bei unserem Podcast hier. Hä? Ey, wir haben doch auch immer die Fotos mit dem Daumen nach oben. Ach so, ja. Also richtige YouTuber hätten jetzt gesagt, jetzt könnt ihr wie die Hand uns einen Daumen nach oben auf dieses Video geben. Ja, macht's wie die Hand. Warte mal. Unglaublich schlechter wird's auch von mir an der Stelle. Macht's mit der Hand. Ne, links. Ah, links haben wir eben gemacht. Stimmt. Ich hab gerade erst gehofft, dass wir wieder da sind, wo wir jetzt sind. Äh, das hört mich irgendwie gerade an hier, äh, die Lämmen hängen. Oh, scheiße. Huch. Warum? Ja, mein Stamperl. Aber vor allem der Turm bleibt da, ne? Der Turm ist jetzt da. Lebst du noch? Ah, ich war zu forsch, glaube ich. Wie sie einfach durchgehen. Ja, ich mach's platt. Oh, nein, nein! Du musst mich hier hochwerfen. Ja, Sekunde. Wieso denn schon wieder? Ja, meine Mega-Attack hat das Ding hier kaputt gemacht. Mega-Attack. Ja. Meine super Attacke. Geht unterwegs. Ja, du musst mich da hochwerfen. Anders geht das nicht. Okay, das ist wirklich nicht anders oder bist du einfach nur zu schlecht? Ne, ich hab das gerade alles überprüft während deiner Mega-Attack. Das geht nicht anders. Okay. Da, tu mal Dinge. Das kommt mir langsam bekannt vor. Dieser Technikbaum und ich werden langsam eins. Gut gemacht. Weiter so. Das ist doch... Aber ich glaub, hier hinten ist irgendwas, oder? Was wäre das denn hier? Anscheinend nicht. Hm. Abwehrsaft. Was für Saft? Abwehrsaft. So nennt er den... Die Tinte. Ach so. Hühn. Ja, scheiße. Hier brauch ich... Hier brauch ich... Lastigirl. Danke, Baum, dass du uns als... Oh, ja, ich wollte hin. Warum? Huch, ja, ja. Ganz aus Versehen. Du willst ja nur, dass ich... Äh, du willst ja nur, dass ich weniger Dinger habe als du. Ja, ganz genau. Ja. Es sind noch mehr Kanonen. Sei vorsichtig. Wir sind gleich oben.